schon drin war jetzt du warst gerade erst komplett nackt ähnliches model hat es ja auch neue sachen geholt ja hast du immer noch deine blauen haare habe ich noch blaue haare welche map wollen wir die erste oder die zweite die erste noch mal zum reinkommen ja auch ein zeug reinpacken grösungspillen durch die kerze anpacken ja das glaube ich immer noch ein fotoapparat oder stativkamera fotoapparat reicht tatsächlich ja ok ok ziel ist es ja ziel ist es nicht zu sterben ja das wäre das wäre gut ja bereit habe ich noch nicht gedrückt jetzt okay auch bei nur auch kannst du ihm bitte das bett noch mal richten einfach mal runter da so arme quelle gewählt so sehen wir auch was da rüberspringen ist der ton dann auch da ja ja der ton ist da warte ok warte es beginnt das thermometer aber gar nicht dabei ich glaube dass Paula Ich nehme die Schabe. Okay. Was nimmst du? Sprachding. Und ich glaube, die Abdrücke. Nee, warte mal, die Stafflei. Wo ist die Stafflei? Die habe ich schon. Okay, dann nehme ich das ESG noch. Okay. Antwortet nur, wenn man alleine ist. Okay. Hast du das Plasma gemacht? Nee, das wollen wir nachher. Ich denke auch. Wollen wir die Easter Eggs mal ausprobieren? Hey, du kommst. Was? Lottie kam. Das Licht einfach rein. Oh, hier sind die Tarot. Oh, Alter. Was denn nun? Gleich direkt ein Jump-Scarecars hier, mit dem ich in null gerechnet habe. Oh, Mann. Echt? Was passiert? Mir ist so ein Viel entgegen, genau. Also so ein Schatten. Okay. Nicht das F-Wort. Ja, so ja, schade. Bist du hier? Wo bist du? So, du musst da... Don't touch. Steht da dran. Don't touch. Don't touch. Don't touch. Kann man irgendwie touchen? Glaube nicht. Das Bild ist ja auch prädestiniert, dass es für das ist irgendwas... Guck dir mal den Balkon an. Ich könnte wetten, dieses eine, das Holz, das sieht so aus, als wäre das vorbereitet, dass da theoretisch irgendwas durchstürzen kann. Hier ist auf jeden Fall, ähm, Dings zwei gewesen, drei, also wir sind im richtigen Raum. Okay, dann geh mal raus kurz, dass ich mal quatschen kann. Ja. Bist du hier? Wo bist du? Bist du hier? So, der Englisch. Where are you? Are you here? Where are you? Can you talk? Do you want to play ball with me? Last box. Geisterbox? Jod. 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 Einfach eine tägliche Quest, das ist neu. Wir sind hier den Geist richtig. Zweimal gibt es 300 Dollar extra. Es gibt tägliche Quest jetzt. Oh. Okay, warte mal. Beweise, wir haben die Geisterbox. Aber wir haben immerhin den Raum. Dann kann ich die Staffelei mal aufstellen. Geh da mal hin. Genau, die Staffelei. Ich hole nochmal das Glas und... Soll ich das EMF-Ding einfach mal auf den Boden legen? Ja, leg da mal hin. Die restlichen Sachen rum. Wobei, ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Nehmen wir jetzt alles mit, was wir noch haben. Die Kamera könntest du nehmen. Herzlich. Okay. Easy peasy. War hier draußen auch irgendwas, was wir machen konnten? Glaube nicht. Achso, V brauchst du ja nicht mehr drücken. Da ist noch Gewohnheit. Was sollte ich jetzt noch mit der Kamera und die Kerze? Da ist der Fleck. Schiebt auf jeden Fall hin. Ach, nur. Oh, da schlinzt einer hinterm Haus vor. Das Tue wieder weg. Mach das Licht aus. Turn off the light. Turn off the light. Oh, wenn ich das hier teile. Wo ist denn das Ektoplasma-Glas? Hast du das? Habe ich gerade. Ja. Ich werde das Wort machen. Ich habe keinen. Ach, ich habe in die falsche Richtung. Ich habe leiser gedreht. Hier im FS2. Die ganze Zeit brauche ich keinen. Schmeißt der in der Küche mit Sachen? Ja. Ja, ich glaube. Ja, EMF 4, 3. Ich habe gerade gefehltemperatur gesehen. Was hast du gesehen? Sie sah gerade aus, jetzt hättest du geatmet. Ich glaube, hier ist der Raum. Was sagt EMF? 4. So, noch Geisterflecken. Okay. Schau mal kurz raus, dann checken wir mal. Genau. Ich hole mal die Staffelei. Ja, mach das mal. Schau mal, das EMF-Ding schmeiß ich dir rein. Also EMF-Stufe 5 kann es nicht mehr sein. Fingerabdruck kann es nicht mehr sein. Also Staffelei, Gefriertemperatur oder ESG. Leg mal das Glas hier vor das Licht draußen. Die Staffelei vielleicht hier in die Küche holen, ne? Würde ich mal. Ja. Und ist auf jeden Fall sehr aktiv. Föte den Geist mit einer, mit der Salzkanone? Hä? Das ist eine tägliche Quest bei mir. Was ist denn die Salzkanone? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas Neues. Ah, ich glaube auch. Da muss ich mal raus. Tja, man ist jetzt, wo ich das richtig laut gemacht habe, sehr laut. Sehr laut. Oh, da, da. Ja. Wieder da. Haben wir schon was gesehen? Weiter hier. Wer schiebt? Aber das Gute ist ja, man kann es ja wirklich von hier sehen. Und er müsste es von hier auch auslösen. Ja. Aber dann ist die Küche dein Raum, tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob vielleicht die Küche vielleicht auch mit dem Nebenraum zusammenhängt. Du stellst dich aber auch immer direkt vor mich, ne? Sehr gut. Alter. Oh, Mann. Was machst du denn? Da war ein Jumpscapt schon wieder. Ich wollte sehr schräg. Etwas. Ich check noch mal kurz in so Zernetti. Alter, das schmeißt der die ganze Zeit mit Flaschen durch die Gegend. Und wo hast du dann vorbeigeguckt, wenn der Wahn kommt? Wenn du auf das Haus zukommst, ähm, rechts, äh, zur Hütte hin. Was ist denn? Oh, ich hab noch 70 und du bist bei 64. Er hat grad das Licht ausgemacht. Was zuckt der Hütte hin? Ah, okay. Was denn? Du hast gerade irgendwie gesagt, ah, ach so. Ah, jetzt, ich hab die Hütte gefunden. Wir haben auch noch Tarot-Karten. Äh, Gefriertemperatur. Okay. Ich geh mal rein mit dem Glas und ich hab mehr Sanity. Du musst noch einen Geist auswählen. Mal gucken, war der Myling nicht der, der alleine jagt, oder? Warte, gucken wir mal kurz. Ne, das mit dem Feuer. Ach so, falls kein Feuer einherst, wird der tief sein. Der wird jedes Mal seine Nähe löschen. Du holst ja die Kerze, die steht hinten beim Fernseher auf dem Tisch. Ich hab gerade noch genug Sanity, alles gut. Ich geh erst mal hier durch und... Ach so. Ich geh jetzt mal hin. Dann hol ich die Kerze. Ach, hab schon. Ja. Dann hol ich die Kerze. Den Fotoapparat. Hab ich. Willst du, ähm... Den mal... Droppen? Ja, gerne, hier. Dann müssen wir gleich Fingersuchen. Aber vorher, glaub ich, schmeiß ich Billen ein. Boah! Ab, Meter hab ich, glaub ich. Alter. Ey. Schon wieder so zusammengezuckt. Oh. Ich glaub, ich muss meine Rechte, das Video angucken. Nein, das... Jetzt nur noch die Kerze. Also ich weiß nicht, ob's... Hast du das Geräusch gehört? Ja, ich hab irgendwas gehört, aber... Warte, ich geh mal. Ja, hat geklappt. Dann stellen wir die Kerze vorne rein, dann lassen wir die auspusten und dann suchen wir die Finger und dann... Verband, aber vorher nehmen wir dann noch Fähnen, damit er uns auf keinen Fall angreift. Ich will es am besten da hier vorne in die Küche, aber hast du schon. Schön. Aber die Frage ist, wenn's ihm mal liegen ist, ob der dann sofort die Kerze auspustet oder auch. Hm. Dann können wir ja auch nichts weitermachen. Nö, jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir warten. Jetzt müssen wir warten. Ja. Nächste Runde können wir mal Tarot haben zu spielen. Blow out the candle. Blow out the candle. Blow out the candle. Später mit dem Licht, ne? Da legen's in den Raum. Auf den Schatten auspusten. Auf den Schatten auspusten. Das ist... Dunkel, das ist so. Aber bei dir ist es noch dunkler als bei mir. Ja, ich hab die Helligkeit wieder runtergeschraubt. Ja, ich ja auch schon, aber noch nicht ganz so krass wie du. Blow out the candle. Oh. Lass uns mal zum Van zurückgehen. Lass uns mal zum Van zurückgehen. Vielleicht erledigt sich das Erratung von allein. Aber hier ist ja nicht der Van, das ist ja das Zelt. Ich muss mal gleich drauf achten, wenn wir dann rechts an dem Ding vorbeigucken. Also ich hab's gerade probiert. Ne, das ist nicht immer da. Achso, das kommt immer mal wieder, oder? Oh. Oh, wir haben beide nur noch wenig Sanity. Wollen wir Pillen jetzt schon schmeißen? Ja, aber wieso ist meine Sanity gedroppt? Ich weiß nicht, ob die vielleicht auch in dem Flur droppt, seit sie dunkel ist. Ja, wenn's dunkel ist. Also wenn du vorher bei 50 warst, kommst du dann auf Anfang 90 wieder. Oh ja, oder sogar. Na, 40 kommen dazu. Oh, wie viel pustet diese blöde. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht sogar ein Problem dann von dem Meiling ist. So wie ist genau der gleiche Fernseher, auf dem auch steht Don't Touch. Oh, wir können hier nichts machen. Ja, ist der gleiche, ist irgendwie das gleiche Model. Und das ist einfach nur recycelt worden. Oh. Auf der Seite ist auch das Graffiti drauf. Ah, jetzt. Ah, sehr gut. Okay, dann können wir jetzt ran und Finger suchen. Und im Keller verbrennen. Mit der Sanity, die wir haben, sollten wir eigentlich auch easy peasy durchkommen. Ich hab einen. Bis zu zwei kannst du ja auf einmal mit. Ich weiß. Mal die Kellertür aufgeben. Ich hab noch einen. Okay. Wo bist du? Ich war in der Werkstatt. Okay, da ist jetzt keiner mehr, ja? Nee, hinten war ich noch nicht. Bring dir auch die schon mal in den Keller. Mache ich doch gerade. Achso. Hier. Auch eine. So kann auch hier im Keller einer liegen. Ich hab auch noch einen. Das heißt, es fehlt nur noch eine. Ich hab einen Brautraum, einen in dem, äh, Nahrung. Hast du schon einen Wohnzimmer? Ja, aber guck auch noch mal. Vielleicht hab ich ihn auch übersehen. Pumpelter, Pumpelter. Hast du den Keller komplett durchforstet? Nee, ich fahr hinten einmal in dem Raum. Ach, hier liegt er. Ja, ich nicht. Ciao. Was passiert, wenn wir jetzt die Tarotkarten benutzen? Das weiß ich nicht. Ja, aber du willst besterben. Aber wir könnten jetzt vielleicht nochmal gucken, ob trotzdem diese Brüche klappen. Oh, das können wir machen. Also mit dem Ball hab ich schon gespielt. Ja, das hab ich gesehen. Was denn? Ach, da ist gerade einer lang gelaufen. War hier in einem Bergraum auch was? Magna. 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 Der Geist ist ja raus, ne? Eigentlich schon, aber dann hätte auch keiner mehr laufen können. Aber eigentlich ja dürfte nichts mehr sein. Viktoria. Anger. 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 Guck mal das Bild an. Ja, das ist schön. Anger. 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 okay das ist echt geil da kam gerade sogar eins direkt nach vorne und das sind halt die viecher die auch bei der hütte da eigentlich auch klappen magna 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 ich habe mich erschreckt im bergraum war nichts das obwohl wir dich ausgetrieben haben geist was ist mit dem wo ein geist ein gespenst weiß nicht ob man das provoziert ob es dann auf einen zugeflogen wo bist du denn ich gehe jetzt raus das hast du gerade noch gemacht stand vor diesem gespenst das ist schon am auto ich bin noch mal guck mal ob das jetzt sanity gekostet hat die aktion ja ja wir sind fertig 12 in die kassen level haben wir denn ja ich bin fast level fünf aber du müsstest jetzt ne du bist ja auch einmal gestorben ja gut dann müssen wir uns jetzt noch einmal machen also ich habe 88 pp glaube ich warte kurz ich gucke ich habe 98 okay ja wollen wir die einfach noch mal um jetzt den stufenaufstieg zu machen oder ja dann können wir die die zweite auch noch mal ja aber ich hätte jetzt mal na gut ich fange fotoapparat wieder rein ja ich habe kerze und ruhigungspillen pack ich auch rein geht dann soll ich noch jammer mesa mitnehmen oder aber irgendeine runde machen wir gleich nochmal und probieren dann mal die tarot karten ich weiß gar nicht was du davon hast wenn du dein anderer immobilien kaufst wenn uns jetzt hier ein radio noch oder ein neues sofa verfügt dann ist tisch es zimmer garnitur was sollen wir denn damit was ich nicht machen kühlschrank hält dein essen und dein bierkeit hast du es gekauft gut im badezimmer liegt übrigens ein abgetrennter wenn man kann ja glaube ich echt alles voll was passiert wo hast du das gelesen stand an der badewanne ok dann müssen wir hier wohl auch mal durchs haus war hier ist noch was nicht scheitern willst du es lesen come on now akia hane akia hane akia hane show me show me show me show me Das kommt irgendwann noch per Update. Der Kühlschrank, den du kaufst, da steht dann bestimmt... Weiß zwar nicht, wofür man den braucht, aber vielleicht hilft das ja auch. Die sieht so ein bisschen aus, wie die dann die Katzenfutterschüsse? Show me. Oh, schade. Show me. Show me. Tiktok. Fack dir hein. Fack dir hain. Fack dir haine. Okay. Dann... Die Sachen haben wir drin, ne? Ja, eigentlich schon. Ja. Dann geht das los. Muss man gleich, wenn du aufs Haus zukommst, rechts vorbeigern. Ja, war ich. Vielleicht spinnst du dich ja mal auch. Vielleicht spinnst du dich auch. So, was willst du nehmen? Antwortet nur, wenn man alleine ist. Ähm. Ich nehme mal das Ectoplasma-Glas und... die... Fingerabdrücke. Das sind die Staffel, ja. Weil du wusstest gar nicht mehr so. Gut, ne? Warte, sehe ich da gar nichts. Nee, da sind dann wie gesagt zwei leuchten weiße Augen und dann... Oh, da ist Quisha-Brett. Ja. So, irgendwo war gerade eine Erscheinung-Kettigkeit. Mann. Weiß noch nicht wo. Bei mir nicht. Nee, bei mir auch nicht. Aber ich hab was gehört. Ich hör immer noch was. Oh. Oder ich bin dran vorbeigelaufen. Ja. Maybe. Wo bist du gerade? Ich bin wieder im Wohnzimmer. Wo bist du gerade? In der Werkstatt. Ich bin wieder im Wohnzimmer. Ich bin wieder im Wohnzimmer. Das war's mit dem Licht. Do you want to play ball with me? Anger. Hier steht nämlich auch nochmal Anger drauf. Ja. Hast du schon was mit Frank herausgefunden? Mach. Gef Border. Ich muss hier alle die Blübeeren zerschotet werden. ich kenne den und trotzdem erschrecke ich mich victoria mit mir hier mal raum für erler war wirklich oder wieder wohnzimmer oder was wohnzimmer warst du da schon ja da war ich auch schon wir können auch das griecher brot ein pein schluck mal wenn ich mich fragen wo er ist where are you where are you mf2 hier die treppe hier oben am wohnzimmer der hat mir gerade ins ohr gerülpst hier oben im wohnzimmer sehr aktiv hier gerade zieh aber ab wo sind hier im ozimmer wenn überhaupt ectoplasma flecken das weiß ich auch nicht ich hole noch mal anderes zeug irgendwann springt von da oben was runter ey ja von außen hier sanity 85 hab ich und rüst 4 9 versuch mal mit ihm zu spielen mag er ja antworten so flecken sehe ich hier tatsächlich keine oh er hat das feuer angemacht ja hat er vorhin schon an der hat hier das oh ich erschrecke mich weil du dich erschreckst alter hast du das nicht gesehen nein ich hab zum feuer geguckt oh man ey was soll ich denn gesehen haben hier ist das vieh durchgekrabbelt das war hinter mir geh mal raus geh mal raus oh der hat ein Bild gemeint ey geh mal raus dann versuch ich mal zu sprechen ich schmeiß mal das Ding hier auch hin ey ich bin zusammengezuckt weil du so gebrüllt hast ja where are you can you talk how old are you how old are you how old are you how old are you where are you how old 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 are you Das passiert nicht. Redet da mit dir? Ja. Turn off the lights. Turn off the lights. Turn off the light. Willst du noch mal nach Flecken gucken? Ja, kann ich mal nicht. Where are you? When did you die? How old are you? What's your name? Where are you? When did you die? How old are you? Ich bin sehr empfänglich für diese ganzen Jumpscares. Was ist er? Ich bin sehr empfänglich für diese ganzen Jumpscares heute. Oh, irgendwie schon, ne? Where are you? When did you die? How old are you? Ich mach mal Licht auf. Ja. Oh. Warte mal, er hat da gerade dran gespielt. Ja, Fingerabdrücke. Kann man die fotografieren eigentlich? Soll ich den mal nochmal dran? Mach ich. Da. Ich muss nur meine Taschen einfach mal ausmachen. Ich muss nicht. Dann lass uns gleich mal rausgehen und mal gucken, was wir... ...wenn wir noch haben können. Fingerabdrücke. Der EMF kannst du noch sagen? ESG ist raus. Gefrier kannst du noch sagen. Und Geisterbox. Ich probier nochmal mal. EMF, Gefrier oder Geisterbox. Der EMF würde ich fast ausschließen, weil... Ich geh nochmal mit der Box rein. So oft mit dem Versuch. Ah, du hast die Box? Where are you? Ja. Da muss ich rausgehen. When did you die? Ja. Da hieß der Box. Das ist ein Taille. Der wollte einfach mit dir nicht sprechen. Scheint. Kerze steht drin. Mit nur Foto... Warte mal, lass uns mal zur Sanity gucken. Je länger wir spielen, umso... ...weniger Agress. Okay. Na, der war ja am Anfang schon arg... ...aktiv. Du hast zumindest verstanden. 85, 76. Hm, aber da muss man auch nichts sagen. Ich drin, äh... Du, die Kerze und ich. Die Kerze ist ja schon drin. Achso. Du musst so gucken, ob die noch an ist. Ähm... Das Ektoplasmaglas liegt drin irgendwo. Ja, okay. Oder du hast das. Ne, ne, ich hab noch... Ich weiß aber gar nicht, was du... Ich kann ja mal gucken, vielleicht krieg ich noch... Hältst du den Fotoapparat? Ja. Lass mal schon. Mal gucken, sind sie da? Ne. Na, die zeigen sich die auch noch. Ich würde auch rumkämmen. Was? Ella konnte diese Geistererscheinung aus... Ja, aber ich würde erst mal umgucken. Achso. Where are you? Ja, schieb nicht den Sessel durch die Gegend. Zeig dein Gesicht. Was ist denn? Ne. Ich hab mal ein Foto gemacht vom Sessel. Wie er so hin und her tanzt. Jetzt hat er wieder Feuer angemacht. Komm, zeig dich. Mach mich nicht nur irre. Ja, Feuer wieder an. Show yourself. Oh, da war der ganz kurz zu sehen. Das Dings hab ich gefunden. Mir brennt die Kerze. Äh, ne. Brennt gerade noch nicht. Soll ich das mit dem Bild probieren? Ja. Ja. Ah, show yourself. Show yourself. Jagd das Ding gerade. Ja. Deitado. Ja. 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 Die Sanity ist so schnell geworden, ich glaube die Tür ist wieder auf. Die Tür war nämlich schon nicht wieder auf, dann kommt die nicht auch durch. Achso, ich habe die nämlich gehört, ich habe irgendeine Tür gehört. Ja, ich habe eine Tür, also ich hatte mich ja im Bergraum versteckt und... Nochmal das Haus? Trotzdem 1450, achso, Versicherungsrückzahlung. Geist identifiziert, Foto geschossen und Dings haben wir trotzdem gekriegt. Vielleicht hat er noch ein Foto vom Geist? Ja, das habe ich doch gemacht, bevor du gestorben bist oder was? Genau, weil als ich noch nicht gecheckt habe, dass das die Jagd ist. Ja, das Ding ist, ich hatte ja extra bei dir geguckt und habe ja gesehen, dass die Tür zu ist. Ja, aber ich habe heute eine gehört und ich wusste nicht, weil gefühlt waren alle Türen zu. Deswegen dachte ich, dass... Nee, du kommst als Geist dann nämlich durch. Ja. Die Türen sind dann quasi auch für dich. Gut, dann kaufe ich nochmal Beruhigungspillen. Aber wie schnell ist denn die Sanity jetzt gedroppt damit? Oder das ist ein Ding, was halt schon bei über 50 Jagd... Ja, wahrscheinlich. Was hatte ich denn? Ich hatte Beruhigungspillen und die Kerze, ne? Ah, Fotoapparatwerk, Beruhigungspillenwerk, ey, ich kann... Hast du noch ein Fotoapparat? Nee, soll ich einen kaufen? Wie viel Geld hast du? 4.400. Dann kaufe ich den. Okay. Einen packen. Ach, Manu! Aber ich bin Stufe 5. Das will ich auch. Erstens, wir könnten jetzt auch schwer spielen. Oder Mitte. Aha. Wir kriegen ja so von auf den Sack. Schwieriges Spielerlebnis gegen das Gespenst. Machen wir erstmal so. Machen wir nochmal. Machen wir nochmal. Wir müssen erstmal warten. Wir werden ein bisschen Geld sammeln. Sind wir jetzt bei leicht oder bei normal? Ja, einfach. Wir müssen erst noch ein bisschen Geld sammeln. Ja, wenn wir über 10 haben. Ja. Letzte Runde. Ja. Welches Ding willst du nehmen? Ähm. Ich glaube, ich nehme das Gläschen wieder. Mhm. Und die Staffelei. Okay. Schön. Schwach. Ach, wäre ich mal in einer Werkstätte. Sorry. Ist mal mal ein Fehler. Ist mal mal ein Fehler. Ja. 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 Also im Werkraum mag gar kein Licht. Und dann mal anders in den Vorraum. Ja. 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 Sind das noch Spuren oder? Ja. Ja. Richtig. War die wieder hinterm Kleid oder? Ja. Och. Jetzt haben wir fast kein Licht. Ja. Aber keine Spuren. Nein. Auch. Auch keine Flecken. Bin ich da eigentlich nur alleine oder? Ja. Och. UEMF 2 hier vorne. 3. Hier. Geh mal raus. Dann spreche ich mal mit ihm. Where are you? Are you here? Can you talk? Can you talk? Where are you? Can you talk? Where are you? Are you here? Are you here? Can you talk? Can you talk? Where are you? Are you here? Can you talk? How old are you? geisterbox lege ich mal hier in den raum er wollte mit mir nicht sprechen die staflei schon ja steht im vorraum da bist du noch mal versuchen mit ihm zu sprechen das ding liegt hier auf dem boden direkt vor ich habe es sich gezeigt hier gerade im flur ok when did you die where are you how old are you when did you die how old are you where are you when did you die show yourself hat geantwortet schön dass sie mit ihr war schuld wo war das im wohnzimmer also wo die büste ist also hier in dem kleinen raum also ja da habe ich auf jeden fall da noch weggeschmissen hier liegt auch das übster brett oder hat er gefriertemperte das täuscht da war er schon wieder das ist so ultra laut was haben wir denn jetzt eigentlich nur quatschbox bisher hast du nichts mit also hier uv ich habe uv und das ektoplasma auch mal hier hat gerade das licht an und ausgemacht das ist mal raus gehen also mf kann es nicht sein dafür kann es noch sein gefriertemperat kann es noch sein es geht kannst du es wecken sind raus so immer so leicht steht drin aber wollen wir mal checken ob wir waren zähl ich ihn auch meinst du gerade bei dem paar monster gerade gesehen hast du 67 habe ich und du hast noch 91 bin ja nur im licht die kamera schon mal hier drin vor den fotoapparat das sind wir das glas was willst du mit dem glas aber heute worauf warten wir jetzt gsg oder steffelei oder gefriertemperatur braw picture braw picture oh Vielen Dank. Vielen Dank. Soll ich den mal woanders entstellen? Hey. Hat er gerade mit der Vase geschmissen? Ja, das, wo ich gerade das ESG kennen wollte. Schon sehr frech. Ach, Mann. Was hasse ich immer, das habe ich in Fassmuschel gemacht. Für diesen letzten Überweis, Ewigkeit nur raus. Oh, das ist mein Team. Ich bin ja noch bei 50, du bist bei 64. Wenn wir nicht gleich verrecken wollen, sag mal noch mal Pänen-Schluck. Ja. Ich guck mal, ob er gemalt hat. Nö. Zeigen tut er sicher auch nicht. Oh, sowas mag ich. Naja. Hilft alles nicht. Kein Problem zu raten, oder? Na, was haben wir denn? Also, ein Taille würde ich sagen, ist das nicht nochmal. Nee. Der ist eigentlich der Geist. Aber was kann es noch sein? Also ein Taille? Was für ein... Ein Ghoul oder ein Poltergeist? Ein Ghoul oder Poltergeist. Auch der Poltergeist? Du hast mir... Wenn wütend werden und jagen, wenn du fluchst. Das ist so. Aber wenn du nicht zu viel redest, wird er ruhiger. Und der Poltergeist. Wir können viele Dinge auf einmal werfen und können deinen Geisteststand schnell reduzieren. Ich bin fast für ein Poltergeist. Sie werden sich beruhigen, wenn es nichts mehr zu werfen gibt. Poltergeist hätte noch ESG. Wollen wir einen Poltergeist nehmen und abfahren? Er wirft ja schon ziemlich viel. Also ich habe hier wieder... Hier war das Licht, äh, die Kerze ausgebildet. Sie hat nicht gemalt und es gibt hier keine Gefriertemperatur. Nach wie vor nicht. Da hätte ich schon das Gefühl, dass es ESG-Reaktionen gibt. Wollen wir es dann loggen und fahren? Ja. Poltergeist? Ja. Wir könnten noch das Früscherbrett nehmen. Dafür gibt es nur eine tägliche Quest. Nein. Nein. Polter. Ja, soll ich da nochmal durchlaufen und wenigstens vielleicht nochmal gucken, ob ich... Wolltest du die Kerze vorher anmachen? Habe ich schon. Achso. Sanity müsste es erklappen. Kamera, hast du? Ja. Wer willst du es hier? Ja. Ja. Ich habe ihn hier mal gesehen in dem Flug, da hat er sich gezeigt. Boah, es wäre so bitter, wenn ihr jetzt die Staffele übermhaltet. Ja, du kannst es ja, glaube ich, auch nicht mehr rückgängig machen. Nein. Hier mal. Die Staffele einfach raustragen, dann bist du. Nein, der soll sich jetzt einfach nur zeigen. Jetzt was. Hast du schon mal mit dem Ecto-Glas geguckt? Ja, ich habe die alte gefunden. Abgeschlossen. Soll ich deine Gesundheits-Things-Bombs beobachten? Ja, ich bin ja mit 100 gestartet jetzt, nachdem ich Pilgen genommen habe. Musst du leider nicht. Sag ich dir, wenn du zu schnell droppst und... Ich warte jetzt hier im Wohnzimmer, vielleicht zeigt er sich nochmal. Du bist immer noch bei 99. Ich habe schon wieder was verloren. Ja. Ja, irgendwas wurde gerade abgeschlossen. Die Kerze hat er ausgebrochen. Nee, geil, ein Foto hast du gemacht. Sag ich doch. Einfach. Die Kerze können wir im Zelt warten. Das war eigentlich gesagt. Was? Das war eigentlich gesagt, dass du ein Foto hast. Ich habe ein Foto gemacht. Gut. Geklappt. Aber er hat nicht mal meine Sanity gedroppt, dass ich den gesehen habe. Ja. Jetzt nur noch die Katz. Das macht er ja Gott sei Dank auch immer nicht dabei. Ja. Ich habe schon gesehen, was wir hier alles Schönes im Zelt haben. Wieso? Was haben wir denn da schön? Segel. Zeug. Richtig schöne Werkbank. Vielleicht kannst du ja später noch irgendwas schrauben. Oh, okay. Dann Finger suchen und verbrennen und hoffen, dass alles richtig war. Ich meine, ist auch egal. Ich glaube, ich bin trotzdem extra Dollar. Oder das Ritual schlägt Fehler und wir sterben. Das kann natürlich auch sein. Aber das sehen wir dann. Das sehen wir dann, ja. 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 Habe ich zwei Plätze frei? Ja. Wieso läuft es dann dem Finger vorbei? Wo war dein Finger? Hier in der Küche war einer. Hallo Mädchen. Hast du einen Finger gesehen? Hallo. Ist es jemand hier? Hallo. Hier war auch ein Finger. Ach, hier ist auch einer. Zwei habe ich auch. Ich war auch zwei. Ich war noch nicht hinten im Brautzimmer und in der Bücherei. Bücherei habe ich eingefunden. Brautzimmer könnte... Oh, ich sehe gerade. Ah, hier. Er liegt hier. Auf dem Weg zur Bücherei links. Bevor du da hinten durch die Tür gehst. Du bist ja vor mir wieder oben. Wenn ich zur Bücherei... Geh mal hinten zur Bücherei. Und bevor du da hinten durch den Bogen gehst, wo du da links oder rechts abbiegen kannst, ist auf der linken Seite unten auf dem Boden der Finger. Ah, okay. Kann doch mal gleich sterben. Ah, ja. Oh. 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 wir fahren uns einfach raus so gut so weit so gut so weit so gut bis auf beim zelt mal checken ob es abgehackt wurde oder gucken wir es einfach hinterher auf der tafel und oder sonst fahren das jetzt stimmt das ja war echt ein poltergeist ja aber habe ich ja fast wieder das geld zurück ich würde jetzt mal dass ich nicht kaufe jetzt einfach mal eine couch okay soll ich auch was kaufen ich weiß gar nicht wenn du jetzt den couch kaufst du siehst du die jetzt auch bei dir ja das wäre jetzt halt meine frage steht hier ja pass auf dann kaufe ich den kühlschrank oder die 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 esszimmer die esszimmer garnitur ist jetzt drin du musst noch mal drauf gehen und benutzen wo muss ich drauf gehen du hast den besetzen dann hast du links unten hast du hier im besitz aber oder weil es deine lobby ist auch die nicht auf das kann natürlich sein ja gut aber falls du mal dann irgendwann hast dann haben wir hier ein esstisch super na gut okay naja gut ja aber es war mal ein versuch werden 1200 verdient ich bin raus ich denke das ist ja noch jetzt nicht